Ich bedanke mich bei den Veranstaltern, dass ich kommen darf und Ihnen das hier vorstellen darf. Wir haben im Vorfeld auch geredet, dass das ja vielleicht ein unpassendes Vortragsthema sein könnte an einem Ort, der heute dem Opfergedenken vor allen Dingen dienen sollte, über einen Täter oder jemanden aus dem Täterkollektiv zu sprechen. Wir haben uns aber geeinigt, dass das vielleicht doch passen kann, weil hier natürlich auch Täter erforscht werden und mir scheint, es gibt doch Anknüpfungspunkte auch zwischen dem, was wir heute schon gehört haben und dem, was nun folgen wird. Es geht ja immer wieder um Narrative, die wir finden, um mit dieser Vergangenheit irgendwie zurechtzukommen. Also auch von mir gibt es jetzt nochmal Hardcore 30 Minuten Literaturwissenschaft, da müssen Sie durch. Ich hoffe, Sie bleiben wach. Es war das Ereignis des Sommerloches 2006. Ausgerechnet der Literaturnobelpreisträger Günter Grass outete sich als ehemaliger Soldat der Waffen-SS. Zuvor hatte Grass stets behauptet, was sein Biograf Michael Jürgs wie folgt wiedergibt, Zitat, im Sommer 1944 wird er, 16 Jahre alt, nach dem Arbeitsdienst als Flaghelfer ausgebildet. Bevor das nächste Schuljahr beginnt, bekommt er jedoch den Gestellungsbefehl und wird zur deutschen Wehrmacht einberufen. Jürgs zeichnet anhand einiger Anekdoten dann das tragikomische Bild eines Panzergrenadiers ohne Panzer. Dieses vergleichsweise harmlose Bild war nachhaltig irritiert, als das Signalwort SS gefallen war. Nach der Enthüllung durch die FAZ wurden schwerste politisch-moralische Bedenken aufgeworfen und terminierte nicht das jahrzehntelange Verschweigen Grass Autorität als Intellektueller, der allzu oft die Stimme erhoben und seinen Landsleuten die Leviten gelesen hatte, gerade im Umgang mit der nationalsozialistischen Vergangenheit und beschädigte seine Vergangenheit als Soldat der Waffen-SS nicht auch seine Integrität als Schriftsteller, als Autor der Blechtrommel eines Epoche-Romans, der als Schlüsseltext der Vergangenheitsbewältigung gilt. Um diese Erregung nachvollziehen und literaturwissenschaftlich beantworten zu können, ist zunächst einmal zu klären, was eigentlich der Anlass der Debatte war. Grass, Militärzeit, wie er sie in seiner Autobiografie beim Häuten der Zwiebel beschreibt. Anschließend nehme ich die These des Grass-Forschers Volker Neuhaus auf. Es handele sich beim Häuten der Zwiebel um einen Komplementärtext zur berühmten Danziger Trilogie, in dem ich in einem zweiten Schritt in der Novelle Katz und Maus von 1961 nach Spuren des von Grass in seinem Geständnisinterview so bezeichneten biografischen Makels suchen werde. Achso, Komplementärtext ist bei mir unterstrichen. Ich glaube, dann wollte ich hier eine neue Folie zeigen. Nein, wollte ich doch nicht. Sie müssen sich noch etwas gedulden, noch ein bisschen mehr Bild-Zeitung. Abschließend zu dem, was ich gleich machen werde. Eine Lektüre zwischen den beiden Texten über eine Kluft von 45 Jahren hinweg, also autobiografischer Text von 2006 mit dem Geständnis, ich war in der Waffen-SS und diesem Komplementärtext aus der Danziger Trilogie der Novelle Katz und Maus, soll helfen, sowohl den alten Text noch mal anders zu lesen, als auch einen vielleicht mündigeren Blick auf den neuen Text gewinnen zu können. Ein Gutteil der Erregung von 2006 dürfte sich an dem Signalkarakter des Kürzels SS festmachen lassen. Es lässt an die Lager-SS von Auschwitz und ihre mit Totenköpfen verzierten schwarzen Uniformen denken. Die SS imitierte mittelalterliche Ritterorden, so wurden etwa Ehrendolch, ein Totenkopfring getragen und sogenannte Ordensburgen bezogen. Gras hat nicht diesem Orden angehört, sondern der Waffen-SS. Die Waffen-SS war eine quasi militärische Einheit, sie trug statt der schwarzen Uniform eine Olivgrüne, was damals topmodern war. Vor 1939 gehörten ihr nur deutsche Freiwillige an, mit Fortschreiten im Kriegsverlauf wurden jedoch auch Ausländer aufgenommen und seit 1943 auch wehrpflichtige Rekruten angeworben und eingezogen. Sie gilt heute als besonders fanatische Durchhaltetruppe, die auch für diverse Kriegsverbrechen verantwortlich war. Gleichwohl ist sie nicht gleichzusetzen mit der SS. Günter Grass hat seinen eigenen Angaben zufolge als Wehrpflichtiger den Schritt in die Waffen-SS gefunden. Das heißt, er wurde eingezogen. Einschlägige Militärhistoriker halten das auch für glaubwürdig. Die überlieferten Fakten sind eher dürftig. In einem amerikanischen Formular vom 3. Joana 46 sind die Kenndaten des Kriegsgefangenen protokolliert. Muss ich jetzt auf den grünen Knopf drücken oder? Passiert aber nichts. Doch, passiert doch was. Also das ist dieses Kriegsgefangenenformular. Das kennen Sie vielleicht noch. Das wurde damals im Spiegel und vielerorts woanders auch abgedruckt. Also die Kenndaten des Kriegsgefangenen Günter Grass sind hier eingetragen. Geboren am 16.10.27. Zivilberuf Schüler, zuletzt Ladeschütze in einer SS-Panzerdivision. Eintritt in die Waffen-SS am 10.11.1944, also nicht einmal vier Wochen nach dem 17. Geburtstag. Wie geht nun der fast 80-jährige Autobiograf damit um, dieser Einheit angehört zu haben? Zunächst einmal ziemlich diskret. Grass versteckt sich in dem Zwiebelbuch in der dritten Person. Ob heute oder vor Jahren, lockend bleibt die Versuchung, sich in dritter Person zu verkappen. Als er annähernd zwölf zählte, doch immer noch liebend gern auf Mutters Schoß saß, begann und endete etwas. Ausbruch des Krieges und Ende der Kindheit fallen zusammen. Ein weiteres Zitat, in dem der Autor rechtfertigt, warum er nun über sich selbst schreiben muss. Weil dies und auch das nachgetragen werden muss. Weil vorlaut auffallen könnte, dass etwas fehlt. Weil wer wann in den Brunnen gefallen ist, meine erst danach überdeckelten Löcher, mein nicht zu bremsendes Wachstum. Die verborgene Schuld, auf die hier hingewiesen wird, ist das Leitmotiv im ersten Drittel des Buches. Hier jedoch noch überaus verklausuliert. Die Anspielung auf die Redensart, das Kind sei bereits in den Brunnen gefallen, verweist sowohl darauf, dass das nachzutragende Gras Kindheit geschehen sei, als auch, dass diese Mitteilung zu spät gemacht wird. Das eigene, nicht zu bremsende Wachstum erschließt sich dem Leser der Blechtrommel natürlich als Gegenpol zum verweigerten Wachstum der Figur Oskar Mazzarat, die aus Opposition zur Erwachsenenwelt, die sie von Beginn an durchschaut, nicht wächst. Gras selbst hat also nicht opponiert, sondern mitgemacht. Noch ein Zitat, Was vor und nach dem Ende meiner Kindheit geschah, klopft mit Tatsachen an und verlief schlimmer als gewollt. Will mal so, mal so erzählt werden und verführt zu Lügengeschichten. Dieser Gestus des Gestehens und Verbergens durchzieht das gesamte Buch und mag erklären, warum so viele Rezensenten, denen das Buch bereits vor dem Geständnisinterview vorlag, den Hinweis auf die SS-Mitgliedschaft gar nicht wahrgenommen haben. Nur auf jener Seite, auf der Gras das Geheimnis lüftet, ist überhaupt von der Waffen-SS im Zusammenhang mit der eigenen Person die direkte Rede. Ansonsten finden sich stets Umschreibungen. Das doppelte S, die doppelte Rune am Uniformkragen, das Wort, der Doppelbuchstabe und so weiter. Dass es darum geht, wird schon zu Beginn und immer wieder angedeutet. Wortreich gemiedene Wörter und Schuld, sie bleibt immerfort, tickt sie und wird zum Schreibantrieb. Das Unabgegoltene in Literatur zu übersetzen. Noch ein Zitat, selten eindeutig, oft in Spiegelschrift oder sonst wie verrätselt. Auch schnörkelige Zeichen, als habe sich ein Geheimniskrämer von Jung an verschlüsseln wollen. Beim Häuten der Zwiebel ist keine klassische Autobiografie, sondern Erinnerungsbuch im Modus der Autofiktion. Grass fordert den Leser wiederholt auf, seinem Zeugnis zu misstrauen, warnt selbst vor allzu eingängigen Anekdoten und macht durch den ständigen Wechsel von der ersten zur dritten Person offenkundig, dass er erzählt und nicht bloß Fakten verkündet. Dazu bemüht er verschiedene Erinnerungsstützen und Bilder. Die Leitmetapher der Zwiebel, die es umständlich Schale für Schale zu entblättern gilt, Bernsteine, in denen die Vergangenheit konserviert scheint, den eigenen Körper, in dem ein Granatsplitter eingeschlossen und zu spüren ist. Alle diese memorialen Hilfsmittel erweisen sich letztlich als unzulänglich. Warum genau der 15-Jährige sich freiwillig zur Marine meldete, erschließt sich dem Erwachsenen auch nicht mehr oder er will es nicht preisgeben. Das Eingeständnis der Waffen-SS angehört zu haben, ist erst der Schlusspunkt eines mehrfach gestaffelten Geständnisses oder Schuldbekenntnisses, das Gras in beim Häuten der Zwiebel ablegt. Es ist die Schuld, es nicht gewusst haben zu wollen, nicht ins Zweifeln gekommen zu sein. Als ein polnischer Onkel 1939 plötzlich fehlte, als ein Mitschüler nicht mehr wiederkam und auch als ein Lehrer plötzlich verschwunden war, habe ich wieder einmal keine Fragen gestellt, wenngleich kaum war er weg, der Ortsname Stutthof abschreckend in aller Munde war. Im Umfeld dieses unkritischen Verhaltens vollzieht sich auch, was Gras in beim Häuten der Zwiebel als fatalen Schritt und meine Tat bezeichnet. Der 15-Jährige meldet sich freiwillig zur Waffe, er will zu den U-Booten oder wahlweise zu den Panzern. Das Zweifeln will er erst als Soldat gelernt haben, als seine Einheit blutig zusammengeschossen wird und ein vorgesetzter Ritterkreuzträger sich als Feigling erweist. Mein Glaubensgerüst gerät ins Wanken. Doch diese Erkenntnis kommt zu spät. Mit 16 Jahren wurde Gras einberufen und mit 17 an die Ostfront versetzt. Auf dem Weg dorthin sieht er immer wieder Tote. Er hängte deutsche Soldaten, die als wehrkraftzersetzende Feiglinge ausgewiesen sind. Von diesem Leichenspalier erhängt er, bleiben keine Gedanken, nur Bilder, schreibt er. Diese Sprachlosigkeit markiert ein Trauma, das noch viel später meinen Schlaf im Besitz nahm und sich in ihm häuslich als Dauergast eingerichtet hat. Man wird nicht ganz fehl gehen, wenn man den seit dem ersten Schuljahr Indoktrinierten, mit 16 Eingezogenen und mit 17 Verwundeten als einen Kindersoldaten bezeichnet. Nicht nur Täter, sondern auch Opfer des nationalsozialistischen Systems. Vorwürfe Gras habe sich damals tief verstrickt in den Nationalsozialismus und sich zudem später eine antifaschistische Biografie erschlichen, überzeugen angesichts dessen nicht. Denn der Schriftsteller nimmt den Opferstatus gerade nicht für sich in Anspruch. Selbst wenn mir Tätige mit Schuld auszureden war, blieb ein bis heute nicht abzutragender Rest. Damit zu leben ist für die restlichen Jahre gewiss. Dementsprechend hat Gras nie verheimlicht, gläubig an Endsieg und Führer bis zuletzt gewesen zu sein. Es verging Zeit, bis ich in Schüben begriff und mir zögerlich eingestand, dass ich unwissend oder genauer nicht wissen wollend Anteil an einem Verbrechen hatte, das mit den Jahren nicht kleiner wurde, das nicht verjähren will, an dem ich immer noch kranke. Dass dieses Schuldgefühl bestimmend war für Gras, lässt sich an seinem Werk ablesen. Tatsächlich setzt ja gleich mit dem ersten Roman, der Blechtrommel, die Abrechnung mit dem Nationalsozialismus ein und lehrt, dass das Mitmachen in der Welt nicht lohnt. Und immer wieder finden sich auch Hinweise, dass da noch etwas unausgesprochen geblieben ist. Etwa am Ende der Frankfurter Poetikvorlesung von 1990. Im Rückblick auf seine Arbeit bilanziert er, etwas, das noch nicht zu Wort kam, muss gesagt werden. Eine alte Geschichte will ganz anders erzählt werden. Nicht allein das historische Faktum seiner SS-Mitgliedschaft, sondern vor allem, dass er so lange geschwiegen hatte, wurde Gras 2006 vorgeworfen. Der Kaiser ist nackt, hieß es nun, mit Folgen auch für das literarische Werk. Frank Schürmacher, der Regisseur des Geständnis-Events in der FAZ, konstatierte, in den fast 5000 Seiten politischer und autobiografischer Prosa umgeht er, was nun auf ein paar Seiten seiner Erinnerungen ausgesprochen wird. Ich glaube, der zweite Teil der Danziger Trilogie, die Novelle Katz und Maus, widerlegt dieses Verdikt. Kommt das immer mit so einer langen Verspätung oder muss ich jetzt? Ah, wunderbar. Verschiedentlich, das passt ja zum Thema Verspätung, verspätetes Geständnis. Verschiedentlich ist in der Grasforschung nachgewiesen worden, dass der Autor, der dem Feuilleton seit jeher als urwürziger Saft- und Kraftkerl gilt, seine Texte stets sehr bewusst konzipiert. Und tatsächlich vermögen schon die Wahl der Gattung, die Erzählkonstruktion und die wichtigsten Motive von Katz und Maus einiges mitzuteilen, was hier von Interesse ist. Kurz zur Handlung. In Katz und Maus erzählt die Figur Pilenz aus der Rückschau von ihrem Schulkameraden Joachim Malke, der mit einem übergroßen Adamsapfel gesegnet und infolgedessen seit seiner Pubertät angestrengt bemüht war, dieses Stigma zu überdecken. So behinkte Malke seinen Hals mit diversen Utensilien, bevor er den vermeintlich ultimativen Gegenstand entdeckte, der von seinem Kehlkopf ablenken könnte, das Ritterkreuz, die Tapferkeitsmedaille des Dritten Reiches. In einer Umkleidekabine beklaute der Schüler einen Ritterkreuzträger, der den für Kriegshelden obligatorischen Erlebnisvortrag am Gymnasium gehalten hatte. Am Tag darauf gab Malke den Orden zwar zurück, wurde aber trotzdem der Schule verwiesen und auch später, als Malke sich als Kriegsheld sein eigenes Ritterkreuz verdient hatte, blieb ihm eine Rückkehr an diese Schule, um nun seinerseits einen Erlebnisvortrag zu halten, verwehrt. Malke ohrfeigte den Direktor daraufhin, desertierte und tauchte wortwörtlich ab. Er ließ sich von Pilenz auf ein Wrack rudern, das in der Danziger Bucht lag und ihnen zu Schulzeiten als Badeinsel gedient hatte. Dort hatte Malke einst unter Wasser den Zugang zu einer Funkerkabine entdeckt, die nicht geflutet war. Ob der Taucher diese Kabine erreicht hat oder ob er ertrunken ist, bleibt unklar. Das spurlose Verschwinden des Freundes lässt Pilenz nicht mehr los. Auch nach dem Krieg fühlt er sich mitschuldig. Malke in eine selbstzerstörerische Spirale ehrgeiziger Leistungsbereitschaft getrieben zu haben, als er dem schlafenden Jungen eine Katze auf den Hals hetzte, der Malkes Adamsapfel zur Maus wurde und so das Stigma allen plastisch vor Augen führte. Alle Nachforschungen des erwachsenen Pilenz bleiben erfolglos, der schließt, aber du wolltest nicht auftauchen. Katz und Maus trägt den Untertitel eine Novelle und bedient typische Gattungskonventionen wie das Leitmotiv, die Symmetrie im Handlungsaufbau, die Strenge fokussiert hat auf die Geschichte der Hauptfigur, das Ritterkreuz als Ding-Symbol und seinen Diebstahl gemäß Goethes Novellendefinition als unerhörte Begebenheit. Allerdings erweist sich Pilenz als höchst unzuverlässiger Erzähler, wenn etwa schon die Eingangsszene der Novelle, in der er Malke die Katze an den Hals setzt, gleich siebenmal im Verlauf des Buchs infrage gestellt wird. Die novellentypische Objektivität des Erzählers kann Pilenz also in keinster Weise für sich in Anspruch nehmen. Das Gegenteil wird hier herausgestellt, wenn er sich fragt, er oder ich oder wer schreibt hier. Während der Motor von Malkes Handeln sein Stigma ist, ist Pilenz' Erzählmotor sein Schuldgefühl. Er ist so tief verstrickt in Malkes Geschichte, dass seine Erinnerung an Malke immer auch von ihm selbst handelt. Dass er nicht mal seinen eigenen Vornamen preisgibt, weil der hier nichts zur Sache tue, sollte man diesem Erzähler nicht abnehmen, der nur aus einem Grund schreibt. Schreiben Sie sich frei, der Herrgott versah sie nicht ohne Bedacht, mit Talenten, zitiert Pilenz sein Beichtvater, Pater Alban. Die ganze Geschichte ist ein Reinwaschungsversuch des Erzählers, nicht umsonst, heißt der adressierte Pater Alban, der Weiße. Dass dieser Versuch, mit sich ins Reine zu kommen, in seinem Scheitern vorgeführt wird, davon handelt das Buch. Pilenz verstrickt sich immer tiefer in das von ihm Erzählte, dass er doch loswerden wollte. Es geht ihm um eine unerhörte Begebenheit im Sinne von etwas Verborgenen, das in diesem Fall auch keiner hören soll. Was genau eigentlich treibt Malke was Pilenz an? Pilenz angebliche Schuld beschränkt sich darauf, Malke eventuell eine Katze an den Hals gesetzt zu haben. Warum ihn dieser jungen Streich noch fast 20 Jahre später umtreibt, ist völlig unklar und wird aus dem Maß der Schuld nicht plausibel. Malkes angebliches Stigma ist ein übergroßer Adamsapfel, ein Zeichen, dass der Junge zum Mann wird, ist auf der Handlungsebene ebenfalls nicht richtig plausibel. Warum dies Malke in den vermuteten Tod treibt, wird er in der Grasforschung in Kombination mit dem Ritterkreuz als Symbol eines kritikwürdigen deutschen Heldenwesens gelesen, mit dem Katze und Maus ja auch abrechnet. Zusätzliche Bedeutung offenbart jedoch die genauere Befragung des Organs. Der Adamsapfel als erkennbare Erinnerung an den biblischen Sündenfall, dem Manne steckt noch ein Stück des verbotenen Apfels im Hals. Biografisch gelesen handelt es sich bei diesem Sündenfall um das, was Gras nun wiederholt wortwörtlich als einen Makel bezeichnet hat, Angehöriger der Waffen-SS gewesen zu sein. Der Name Malke gibt einen ersten Hinweis, liest man ihn als Anagramm, ergibt er Makel. Und tatsächlich tun sich sofort Parallelen zwischen der Figur Malke und dem Panzerschützen Gras auf. Gras wie Malke melden sich freiwillig zur Wehrmacht, wollen zu den U-Booten, kommen aber zu den Panzern. Beide stammen aus Danzig-Langfuhr, waren als Kinder kränklich, können nicht Fahrrad fahren und wurden in der Schule verwiesen. Weitere Analogien bieten sich an. So wie Gras es bis 2006 vermieden hat, die Waffen-SS im Zusammenhang mit seiner Person zu nennen und er auch in beim Häuten der Zwiebel Ersatzworte dafür bemüht, das Wort, der Doppelbuchstabe und so weiter, so vermeidet es auch Pilenz in der Novelle tunlichst, das Ritterkreuz in Katz und Maus beim Namen zu nennen. Stattdessen der besondere Artikel am Hals, das Ding Lam Dai, den Magneten, das Gegenteil einer Zwiebel, den Bonbon-Apparat, das Ding-Ding-Ding, das ich spreche es nicht aus. Was da nicht ausgesprochen wird, darauf weist möglicherweise auch der Buchumschlag hin, den Gras wie immer selbst gestaltet hat. In seinen verschiedenen Varianten ist hier interessanterweise nie das Ritterkreuz selbst hervorgehoben, sondern stets das Band, das dieses trägt. In Größe und Farbigkeit übertrumpft es deutlich das Ritterkreuz. In seiner Form bildet es einen Kragen nach, wo es ja auch getragen wurde. Alle Utensilien, die Joachim Malke bemüht, um von seinem Adamsapfel abzulenken, verdecken den Kragen oder liegen um denselben diverse Gegenstände, Amulette, Puscheln, Plaketten und das Ritterkreuz. Fast keiner dieser Gegenstände verdeckt den Kehlkopf, die meisten wohl aber den Kragen. Gras berichtet nun in Beim Häuten der Zwiebel davon, wie er allein hinter den feindlichen Linien herumirrte, wo ihn ein anderer versprengter älterer deutscher Soldat auflas. Irgendwann bekam ich zu hören, wenn uns der Ivan doch noch hops nehmen sollte, bist du dran, Junge, mit deinem Kragenschmuck. Sowas wie dich knallen die einfach ab. Was die Soldaten der Waffen-SS von normalen Wehrmachtsangehörigen unterschied, war vor allem der Kragenspiegel mit dem Buchstaben SS. Selbst hochgradig stilisierte Bilder von Waffen-SS-Soldaten verzichten nie zumindest auf dieses Erkennungszeichen. Im Hinblick auf die Runen am Kragen befahl der ältere Soldat dem Rekruten Gras, bei nächster Gelegenheit seine Uniformjacke gegen eine der Wehrmacht auszutauschen. Was hat aber die SS-Vergangenheit des Günter Gras mit dem Ritterkreuzwunsch Joachim Malkes und den Verschleierungsversuchen des Erzählers Pilenz zu tun? Zunächst werden beide Symbole als unaussprechlich markiert und an gleicher Position verortet. Das Ritterkreuz bietet sich besonders an als kodierter Platzhalter für die SS zu fungieren, ist es doch ein Orden, ein Homonym, Teekesselchen würde man auf Neudeutsch sagen, das nicht nur auf eine Auszeichnung, sondern auch auf eine Gemeinschaft verweist, so wie sich die SS ebenfalls explizit als arischer Orden verstand. Zugleich wird jener mir unaussprechliche Orden in Katz und Maus von Pilenz auch als Gegenteil einer Zwiebel bezeichnet. Nicht nur in beim Häuten der Zwiebel fungiert die Zwiebel als Erinnerungsmetapher, auch schon in Katz und Maus reibt Pilenz seine Schreibmaschine mit Zwiebelsaft ein, um der Erinnerung näher zu kommen und sie überhaupt aussprechen zu können. Das Gegenteil einer Zwiebel ist hier also das Nicht-Erinnerte, das durch seine dezidierte Benennung als vorhanden, aber unaussprechlich markiert wird. Entsprechend steht auch die Figur Malke für beides. Er ist der, der Gras als Junge gerne gewesen wäre, nämlich ein ausgezeichneter Nazi-Kriegsheld und zugleich auch der, der Gras als Junge aus seiner Sicht nach 1945 gerne gewesen wäre, einer, der zweifelt, nicht mitmacht und opponiert. Der Kriegsheld Malke ist nicht nur der schnellste Schwimmer, der beste Sportler, der am innenbrünstigsten Glaubende, der mit dem größten Geschlechtsteil, der erste Freiwillige, der in ein Wehrertüchtigungslager geht, der Entdecker eines Waffenlagers der Partisanen, der erfolgreichste Panzerschütze, Träger mehrerer Orden und jüngste Ritterkreuzträger, kurz der Große Malke, wie er genannt wird, sondern zugleich auch der couragierte Dieb, der mit dem Schulverweis, der Clown, derjenige, der aus dem Jungvolk fliegt und sich als einziger nicht freiwillig zur Luftwaffe meldet, der Befehlsverweigerer im Arbeitsdienst, der es wagt, mit der Frau seines Vorgesetzten zu schlafen, der den Parteitreuen Schuldirektor Ohrfeigt, der Deserteur, kurz einer, der das Zweifeln gelernt hat. Beide, der Held aus der Sicht von vor 1945 wie der Held aus der Sicht von danach, sind Projektionen. Aber von wem eigentlich und wer hat ein Interesse daran, diese Heldenbilder zu verbreiten? Alle Aussagen über Malke kommen von niemand anderem als Pilenz. Noch jede direkte Rede ist erinnerte direkte Rede, wie Pilenz, der unzuverlässige Erzähler, sie wiedergibt. Doch welche Motive hat nun er? Auffällig ist, dass Pilenz immer an den gleichen Orten ist, wo auch Malke ist. Und Pilenz kontrolliert das Bild, das er von Malke zeichnet, aufs Genaueste. Als ein Mitschüler Malkes Konterfei an die Tafel malt, geht er mit einem Schraubenzieher auf den Zeichner los. Malke duldet kein Bildnis von sich und es ist bezeichnenderweise Pilenz, der es in vorauseilendem Gehorsam von der Tafel abwischt. Als Pilenz später in jenes Ausbildungslager kommt, wo auch Malke bereits gedient hat, findet er dessen Namen und gegenüberliegend dessen Lieblingssequenz aus der Pfingstliturgie, Stabat Marta Dolorosa, in eine Latrinenband geritzt, in Prima Latein, doch ohne Rundung, eher in Runenschrift. Es bedarf nicht allzu viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass das, was Malke so richtig und an heimlichster Stelle zitiert hatte, das Stabat Marta Dolorosa, in Runenschrift auch auf das Signet der SS anspielt. Pilenz greift zu drastischen Maßnahmen. Ich hackte Malkes Lieblingssequenz mit einem Beil aus dem Brett und tilgte auch deinen Namen. Pilenz tilgt Bilder, die andere als er selbst von Malke bezeichnen. Die Vehemenz, mit der Pilenz verräterische Spuren Malke stügt, um sich absolute Exklusivität als sein Medium zu verschaffen, lässt sich kaum anders erklären als damit, dass der Untergetauchte identisch ist mit dem Erzähler, dessen eigene Identität so nebulös bleibt. Die Erzählerfigur berichtet einem gängigen Schamverhalten folgend von einer für sie peinlichen Begebenheit so, als erzähle sie von einem anderen. Pilenz Verhalten ist weder damit zu erklären, dass er, wie in der Forschungsliteratur vermutet worden ist, homosexuell wäre oder gar geisteskrank, sondern dass die zweiseitige Wunschprojektion Malke ein Teil seiner selbst ist. Nur so erklärt sich auch, warum auf dem Titelbild nicht die Maus mit dem Ritterkreuz zu sehen ist. Malke hatte mit dem Orden ja seinen Maus genannten Adamsapfel verdecken wollen, sondern entgegen der Logik der Geschichte die Katze, die für den Jäger Pilenz steht. Hieraus ergibt sich auch das eigenartige Nähe-Distanz-Verhältnis, das Pilenz zu Malke pflegt. Ihn ablehnend und bloßstellend ist er oft sein einziger Freund und Bewunderer. Ähnlich dürfte sich Grasseigener Zwiespalt gegenüber dem Jungen, der er einmal war, darstellen. Politisch, retrospektiv, verurteilend und doch mit schlechtem Gewissen, da ihn so verratend. Die Operation führt in ein moralisches Dilemma, das stellvertretend an Pilenz vorgeführt wird, der erkennen muss, es sprach nämlich die blinde und frischfaserige Stelle deutlicher, als zuvor die gekerbte Schrift gesprochen hatte. Pilenz hält letztlich alle Fäden in der Hand und kontrolliert die Erzählung, doch noch seine Verschleierungsversuche geben Auskunft. Gleich auf der zweiten Seite legt er sein Verfahren offen. Ich aber, der ich deine Maus einer und allen Katzen in den Blick brachte, muss nun schreiben. Selbst wären wir beide erfunden, ich müsste dennoch. Der uns erfand von Berufswegen, zwingt mich wieder und wieder deinen Adamsapfel in die Hand zu nehmen, ihn an jeden Ort zu führen, der ihn siegen oder verlieren sah. Und so werfe ich ein Volk voll gefressene Seemöwen hoch über Malkes Scheitel in den sprunghaften Nordost, nenne das Wetter sommerlich und gebe der Ostsee die Farbe dickglasiger Seltasflaschen. Es ist die Souveränität des Schriftstellers, mit Worten eine autonome Welt zu erschaffen, die hier vorgeführt und am Ende von Katz und Maus auch demonstrativ wieder eingeholt wird. So wie er am Anfang Möwen in die Luft wirft, verschwinden sie in dem Augenblick, in dem auch Malke vom Erzähler zum Verschwinden gebracht worden ist. Als der Erzähler den Erzählten planmäßig dekonstruiert hat, der am Ende nackt und mit Sakramenten versehen abtaucht, zerfällt auch die Erzählung. Es folgt nur noch Gestotter. Unbeholfen setzt Pilenz neun Absätze lang immer wieder monoton mit also an, um im letzten Absatz seine Hilflosigkeit einzugestehen. Wer schreibt mir einen guten Schluss? Das musste raus, endlich, antwortete Günter Grass 45 Jahre später auf die Frage der FAZ, warum er sich offenbart habe. Aber ich schreibe, denn das muss weg, heißt es in Katz und Maus. Pilenz schreibt über Malke und damit über seine Schuld. Die frühe Novelle ist nicht einfach als Geständnis des Autors zu lesen, in der Waffen-SS gewesen zu sein. Aber die biografische Lesart stützt Grass' Verteidigungsargument, er habe sich nicht öffentlich zu seinem Makel bekannt, weil er lange glaubte, mit dem, was ich schreiben tat, genug getan zu haben. Grass hat sich, das belegt Katz und Maus, durchaus selbstreflexiv mit diesem Teil seiner Biografie auseinandergesetzt. Es lässt sich jedoch nicht nur mit dem Text aus der Gegenwart die viel ältere Novelle neu lesen und somit auch die Debatte des Jahres 2006 differenzierter betrachten, sondern es lässt sich über diesen Umweg auch der aktuelle Text genauer lesen. In Beim Häuten der Zwiebel taucht eine Figur auf, die einem ganzen Kapitel ihren Namen leiht. Wir tun sowas nicht. Grass erinnert sich an einen jugendlichen Arbeitsdienstmann, der sich im Ausbildungslager strikt weigerte, eine Waffe anzufassen. Befragt, warum er sich verweigere, habe er stets nur geantwortet, wir tun sowas nicht. Die Ausbilder hätten sich redlich bemüht, den Jungen umzuerziehen und zu bestrafen, bis hin zum entwürdigenden Latrinen-Dienst und auch übelsten Quälereien. Vergeblich, am Ende kommt der Junge, wir tun sowas nicht, ins KZ. Die Rätselhaftigkeit dieses Protagonisten, so der Erzähler 2006, habe ihn 1961 bei der Anlage der Figur Malke inspiriert. Grass führt den Fall vor, um ein weiteres Mal seine jugendliche Schuld nicht ins Zweifeln gekommen zu sein, zu belegen. Interessant ist nun, wie Grass diese Figur oder diesen Jungen beschreibt. Ein hoch aufgeschossener Junge, der weizenblond, blauäugig und im Profil so langschädlich geraten war, wie ihn sonst nur Lehrtafeln für die Aufzucht der nordischen Rasse beispielhaft ins Bild brachten. Kinn, Mund, Stirn gaben mit einer Linie gezeichnet die Zeugnisnote Rassereien ab. Ein Siegfried, ähnlich dem Lichtgott Baldur, erstrahlte heller als Tageslicht. Grass beschreibt diesen Muster-Arier weiter als rekordebrechenden Supersportler, der auch im kameradschaftlichen Umgang Bestnoten verdient habe, erteilt und nimmt anderen die Arbeit ab. Selbst Demütigungen erträgt er mit Haltung. Die Häufung ästhetischer, sportlicher und moralischer Superlative legt es zumindest nahe, dass wir es hier nicht mit einer historisch verlässlichen Erinnerung an eine empirische Person zu tun haben, sondern mit einer literarischen Figur. Tatsächlich entspricht noch die nach der Jahrtausendwende geschaffene Figur, wir tun sowas nicht, dem Modell der frühen Novelle. Einem verwerflichen Charakter, dem onanierenden, arroganten und niemals kritischen Jugendlichen Günther, wird eine Heldengestalt gegenübergestellt, die gewissen Charaktervorstellungen entspricht, die in der nationalsozialistischen Gesellschaft erlernt wurden. Grass unterläuft diese Reminiscenz natürlich nicht, er gestaltet sie bewusst. Sie zu wählen, zeugt jedoch zugleich von jenem moralischen Rigorismus, der prägend für seine Generation war. Noch die um Jahrzehnte verspätete Erinnerung entkommt nicht dem Schwarz-Weiß-Schema eines tradierten, zutiefst kulturkonservativen Modells. Zugleich untergräbt dieses Bild aber den Selbstbezichtigungsgestus des literarischen Geständnisses. Wer das Gegenbild zum eigenen Verhalten derart idealisiert, impliziert natürlich auch die praktische Unerreichbarkeit dieses Idealbildes. So rein heldenhaft wie der unbotsame Malke oder der unbeugsame Arbeitsdienstmann konnte man ja gar nicht sein. Insofern zeugt die kaum variierte Form des Schuldeingeständnisses auch vom starken Bemühen des Autors, sich gegen etwaige Kritik zu immunisieren. Eine Demutsgeste, die sich nur dann als solche zu erkennen gibt, wenn der Autor den Schlüssel dazu zur Verfügung stellt, ist eben nur eine Geste. Der Verfasser eines Schuldeingeständnisses, der nur die Vorwürfe gelten lassen will, die er sich selbst bereits gemacht und die er für uns literarisch aufbereitet hat, legt weniger ein Zeugnis der Reue ab, als davon, dass er alle Fäden in der Hand zu halten gedenkt. Aber das Belasten, Einstufen und Abstempeln kann ich selber besorgen. Ich war ja ein Jungnazi, wie Grass in Beim Häuten der Zwiebel beschreibt. Insofern belegt auch noch der autobiografische Text des Jahres 2006 jenen Befund, den die kritischen Arbeiten zur Gruppe 47 der sogenannten Flak-Helfer-Generation ausstellen, nämlich, dass in ihrem Hinsehen stets schon das Wegsehen angelegt sei. In dieser Richtung liegt meines Erachtens, was 2006 hätte zur Diskussion stehen können, ob die neuerliche Inszenierung der Scham nicht vor allem von Eitelkeit zeugt. Von der Eitelkeit des Zeitzeugen, seine Deutungsrotheit zu behaupten, durch den ultimativen Ausweis dabei gewesen zu sein, bis hin zur Eitelkeit des Literaten, es so elegant sagen und auch wieder nicht sagen zu können. Und letztlich auch von jener verletzten Eitelkeit, die die Schriftstellerin Petra Morsbach in einem brillanten Essay über die Blechtrommel herausgearbeitet hat, nämlich im Nationalsozialismus verführbar und also schwach und nicht stark gewesen zu sein. Biografisch ist diese Scham über das eigene, später als falsch erkannte Verhalten nachvollziehbar. Auf die Verbrechen des Nationalsozialismus bezieht sich solche Selbstbespiegelung erwünschter männlicher Stärke und eigener Schwäche jedoch nur sehr mittelbar. Hierüber, über den noch heute nachgetragenen Wunsch nach Heldentum, über die mehr als nur ironische Häme gegenüber allen defizitären Verhaltensweisen und über die Frage, was diese Moralvorstellungen der Härte eigentlich für die Scham und Reue gegenüber den Opfern des NS und das Gedenken an sie bedeuten, hierüber hätte sich im Sommer 2006 trefflich debattieren lassen. Vielen Dank. Applaus